Tag 3 von Iseo nach Rabaldo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ui, da ist gut dreckig Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Ja, das war mal. Was ist das? Was ist das? Aber haben sie es gesehen, dass du da abbiegst? Die kommen auch nicht. Ich warte da. Max ist gerade umgedraht. Maxi, hallo, wo seid ihr? Seid ihr geradeaus weiter gefahren? Nein, ich bin geradeaus weiter gefahren. Ja, wohin sind sie gefahren? Jetzt kommt wer. Ah, da ist der Max. Du musst bei der Ampel geradeaus weiter. Über den Fluss. Ein Tier kann nicht getroffen. Was? Das sind beide. Ja. Wo ist der Dirk? Der war weg. Entschuldigung, jeder noch eine Richtung. Die EU verstand ja? Die EU verstand es bäst. Der Plan des Staates? Der Plan des Staates? Amen. 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 Jetzt bin ich schon noch mehr geholter, wo es so steil war. Es ist so schnell. Wie viele Geräte? Zehn, aber das rückt dann auf. Das sind die Stöber von Franz, glaube ich, oder? Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018